Absolut krank übersteuert Ja, da kannst du dich bei der und der Yamato drauf einstellen Das sind halt Super Heavy Battleships Aber die Guns sind recht geil mit 410 Die machen schon ordentlich Rums Ich weiß ja nicht warum, aber ich bin mit denen nie warm geworden Ich bin mit denen nie warm geworden Ich hab damit nix gekürtet War auch, glaube ich, als du die gespielt hast Noch nicht so gut Ich glaube, die wurde mal zwischenzeitlich ein bisschen gebufft Ich finde auch die Amor ist ziemlich gut mittlerweile Ja gut, die war ja damals nicht vorhanden bei mir Also ich hab zum Beispiel jetzt mit der Moskau letztens Auf 5km versucht mal irgendwie Eine Zitadelle in die Vordertürme Da bei den Dings, wie heißen die Zu hitten Ich weiß nicht, hab's nicht hingekriegt Ich bin fast verzweifelt Der Typ hat mich dann gerackt Dann hab ich mir das Amor-Model angeguckt Hab mal geguckt, wo ich hätte hinschießen müssen Weil da ist nämlich diese Wie heißt das Magazin Das geht nicht bis ganz runter Also nicht bis zur Wasserlinie Exakt Das hängt nämlich noch ein bisschen drüber Und da musst du ein bisschen höher schießen Und dann machst du Also du trostet zwar keine Zitadelle Weil du nicht durchkommst Und jetzt ja 120 Zitadelle, also das war zwar keine Auf der Bismarck hat aber genauso viel Schaden gemacht wie eine Also die Kugel muss irgendwie ganz komisch gebounced sein in ihm Wow, was hast du da 20k? Ne, ne, ich hab nur 10k gemacht Den Rest hat davon irgendwie anders bekommen Keine Ahnung, was mit dem kaputt ist Hab auch 10k gemacht Okay, dürft ihr euch mal an der Landtag vergeben? Äh, ja Ich hab's gerade verkackt What? Das sind eine Menge Torps Und in der Mitte ist irgendeine Idee von denen Dann werde ich mich noch gleich mal recherchieren Hallo Das war knapp eben Alter Schwede Ich hab's nur gesehen, so Aus der Ferne Miyoko, völlig wahnsinnig Ja, irgendwie Ich glaube, wir sind einfach nur Da nicht irgendwie abzusehen, so das passiert Nein, auf gar keinen Fall Da ist die Atlanta wieder Der einfach grenzelt breitelt fährt Das tut gar nichts Ja, wenn der auch den schießt Das haben wir einfach Ich hab's nicht gesehen, konnte leider Ja, und dann schießt sich um ihn drum herum Äh, nicht nur du Äh, hey, links nehmen uns ist ne Akatsuki Ja, okay, die haben zwei DDS, die werden sich darum kümmern Mein Torps haben leider in der Mitte nur nichts gehitzt Da ist die Fubuki Oh Gott, die ist quasi neben mir Torps dann aber raus Völlig Bananen Aber der kommt leider weg Ja, der ist halt noch ein DD, ich weiß noch nicht welche Grenzen, da Ich will nicht, wie diese scheiß Insel schießen kann So, zum Beispiel Da kommen die Torps Das ist nur eine Säuge bisher Irgendwas mit Hydro hätten, wäre das halt geil Aber haben wir leider nicht noch Da kommen wieder Da sind nicht jede Menge Torps Da sind auch die von der Fubuki dabei Das ist eigentlich so gut wie tot, ey Ich pushe jetzt hier in den Smoke rein Ich hoffe, ich bin unsicher geworden, das ist ziemlich nice Ich hoffe, alle Tops von denen sind raus im Moment Da ist die Grenzen Wir nicht Wir müssten raus, denn ich sehe hier fünf Achtung, ich glaube noch vor dir Wenn da jetzt gleich Tops auf mich zukommen, bin ich halt richtig am Sack Kann sein, dass das jemand eine Salbe hat Ich glaube, dem geht gerade jedenfalls ganz schön in die Düse Er ist da Ja, auch Double Kill Geht schon wieder los Wie gestern, Mann Es geht genauso weiter Ich bin irgendwie im Gegner-Cap gelandet Und ich habe übrigens seit der ersten Salve kein einziges Ziel mehr getroffen Naja, ich sage ja, die ganz Haben mich nicht so überzeugt persönlich Huhu, ich bin unsichtbar Lass mich jetzt mal checken Ein DD, der in A drin ist Eine Isumo vor mir Und eine Isumo rechts von mir Die mir hoffentlich gleich Breitseite zeigt Während ich auf sie zufahre Dann kümmere ich mich um die unten Fahr auf jeden Fall nicht zu weit rein Nee, eigentlich würde ich versuchen, gar nicht reinzufahren Ich würde warten, bis der Typ hier pusht, aber der pusht leider nicht Dann stopp einfach da, wo du gerade bist Selbstverständlich könntest du mir auch einen Smoke poppen, wenn du willst Den habe ich leider gerade unsinnigerweise da hinten schon verballert Das ist natürlich nicht so gut Ich dachte, du wärst direkt hinter mir, deswegen habe ich den gelegt lassen Achso, ja Ja, bleib einfach hier Ich check hier ab Aber es ist nur noch die Yugu Oh, nur noch, sage ich Die Yugu ist schon heftig Alter, da unten ist noch ein Schlachtschiff Wo sind die denn bitte gelandet? Naja Ich versuche, schnell zu sein und hier die andere Isumo zu rushen Die fährt rückwärts, also fahr runter Fahr runter, fahr runter Und dann sind wir die Yugu da zuletzt gespottet Okay, aber dann fahr ich halt hier in die beiden Reihen Das ist das Ding, ne? Ja, aber bis dahin sind es mal wieder Wenn du dich hier an dem Felsen hältst, soll es nicht mehr sein Muss ich ja Und eine räume ich dir auf jeden Fall weg Oh mein Gott, wie ich... Er sagt, dass er die Amor ist ein bisschen besser geworden Komm schon, komm schon, komm schon Ey, ich hitte den und das macht einfach gar nichts Superstructure schießen Die Eure trifft mich einmal und ich verliere A-Spiel-HP Komm jetzt, Smoke is ready Ich kann es nur hoffen, dass die Yugu-Mo nicht irgendwann in der Nähe ist hinter mir oder so Dass wir halt richtig beschissen Okay, ist weg Also im Endeffekt könnt ihr euch beide nicht... Irgendwas ab da von hinten? Kriegst du? Irgendwas hat auf mich geschissen Also und fackelt mich Oh mein Gott, irgendwas könnten mich frontal penetraten Was ich nicht kann bedienen Ja, das ist richtig schleiße Lass mich hier noch Ich kill den Ich warte, bis meine nächste Server raus ist Und dann Die rumfallen mich torpen, denke ich Minimal overextended Ja, ist doch kein Problem, kein Problem Ich hab meinen Toast gleich wieder ready Okay Danke, ist schon mal gut Was ist eigentlich, wenn wir in Sumo vorbeikommen? Boah, die kann man jetzt sehen, das ist uncool Aber ich glaube, die fressen zu viel Chorps, ja Fuck Ich würde schießen, leider Geil, die gehen drauf, alle Geil, die darf es verlieren Boah, 75.000 bin ich jetzt Okay, also schon mehr gemacht als ich Das ist schon ein bisschen tricky Ich glaube, du hättest noch hier oben warten sollen Ja, wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich sind voller gewesen Ich meine, ich konnte immer die drei DDs wrecken Ich wollte als DD Hunter spielen, das ist auch recht lustig Ja, nur deshalb bin ich so weit oben Nicht wegen meinem Schaden Ich hätte das durchaus überleben können, wenn ich das ein bisschen geschickter gespielt hätte Denke ich Aber hat auch so funktioniert, ja Der Benz hat nämlich 9K gegeben, der Fubuki 11K und der Yagumo auch nochmal 5,5 30% Captain XP gekriegt, alter Schwede, was war denn mit mir da nicht mehr gekriegt?